so da sind wir wieder wieder sich leider auch gegen dann versuchen das noch mal mit wir kommen jetzt wieder mario raus also heißt das spiel ist festgefahren ich will eigentlich nur nicht aber bei 8 da freue ich mir das gleich passiert man gibt man ach komm wie süß war gar geil mein spiel dann läuft er doch wieder da im kreis herum was teleport mario du bist so ein ficker das wollen wir ändern es waren nur 13 minzen aber trotzdem sogar besser und ich würde schon beschissen jetzt ist aber schnell hier nicht schlecht was war das denn lasst dich nicht von stacheligen kubapanzer treffen das war eigentlich der begriff ja ich bleibe erst mal ja das scheinsteil kommt immer näher Mist das war eigentlich nichts so hälfte haben wir ja was kann ich mit vier eigentlich groß erreichen das ist theoretisch eine abkürzung das wollen wir mal probieren ich habe es wieder drauf ich habe es wieder drauf der ist immer öffne dich ah ich sehe teuer ich habe nichts ich sehe das Alter ne ihr stresst gerade alle mit eurem blöden Countdown da jetzt probieren wir trotzdem mehr müssen Guck mal, wie die Fälle abgehen. Nicht schlecht. Nicht schon wieder den scheiß Glücksgolf. Da gibt es so schöne viele andere Minispiele, wie die Glücksgolf spielen. Kann ich doch nicht. Ich muss gerade hart niesen. Nein, Hund, da draußen, Ruhe. Jesus. Ich sag, ich muss niesen. Keine Ahnung. So. Das ist... Willst du mich auch ein Hole-in-One? Äh, One-in-Hole. Hole-in-One. Ich habe ein, oh oh oh. Ich hab mich nicht. Ich habe einen, oh oh oh. W스u-in-Oh. Jetzt bin ich dabei. Wenn ich hatte... Das ist es ist hier. Ich habe noch verrückt. Muss sie dich nicht. Ich bin zu dir. Ach, ich bin zu dir. Ich brauche mich. Ich bin zu dir. Ich bin babe, wie das ist. Ich freue mich. Ich bin zu dir. Ich bin, das ist... Ich bin zu dir. ich hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet ich habe immer noch genug aber gut ich muss ja da oben eh noch ein bisschen rumlaufen jetzt habe ich glaube ich nur den Skeletschitzel umsonst gekauft aber whatever jetzt sind es mal normale Felder ich bin allein auf meine Brücke zugebaut ich bin allein auf meine Brücke zugebaut Eine Insel. Eine Insel. Ach, sie ist eine Insel. Eine Insel, eine Insel. Ach, das war das Hochspringen, ne? So viele Hammerbrüder, das habe ich doch nicht. Und Hammerbrüder habe ich sowieso seit Mario Galaxy 2 Ende PTSDs. Nee! Geil, ich habe es sogar geschafft. Nice, nice. Nice, nice. Ach, guck mal, eine Münze. Na gut, ich wirf ja eh nicht so hoch. Jetzt ist alles Chance-Time. Fuck. Wie? Ich kann kotzen. Münzen. Bitte mich, bitte mich, bitte mich, bitte mich, bitte mich! Ach, wiss. Jetzt gibt es. Alle Münzen! Ach du Scheiße! Hätte wenigstens eine Münze für mich drin sein können. Die Chance-Time-Sachen, ne? Die bringen immer alles so durcheinander, ne? Das ist schlimm. Jetzt wird es ekelhaft. Das ist alles so gut. Also,. Äh. Äh. Ja. Wer Thank you. Egal. Dieser ist ja, ich kann nicht ausfüllen. Wie kann, wenn du schon vor bedenken? Aber er ist jetzt eine für Leute. Ich kann auch nicht ausfüllen. Ich kann nicht ausfüllen. Ich kann nicht ausfüllen. Doch. Ich kann nicht ausfüllen. Das ist ja. Der ist Clyde. Was? ganz gerne mir was geben ja an waluigi 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 was die gefahrt, oh Gott oh nee ey, das ist doch so ein Abfuckspiel, warum kann es kein Minzwene Spiel sein hallo, ich spiele am original N64 Controller, was erwartet ihr von mir, dass ich das kann Sicherheit nicht, mein Freund Alter, ne, ne, vergisset, ist ja eh gleich durch hier ich hab noch nicht bei den ersten Blocken gepasst, sie sind fast alle durch ich hab noch nicht bei den ersten Blocken gepasst, was die Fakke ist, was die Fakke ist? rot, ne, das muss dann sein ja, ja, ist ja gut so 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 was Ja, hooo! Oh nee. Das müsste eigentlich machbar sein. Geht mal da rüber, ihr Eier. Achso, ging doch. Zeige ich ihr, machbar. Oh, jetzt wird's spannend, jetzt wird's spannend. Das kann ein Abfuck sein. Vor allem, ich hab jetzt mal über 20 Münzen wieder, ne? Komm, geh auf 0, geh auf 0, geh auf 0. Oh! Oh nein, das war dieses... ne? Wo man sieht doch so Karten aus. Ja, genau. Oh. Oh. Oh, das ist alles so randomised. Shit. Shit. Oh, das war's. Oh, das war's. Das war's. Oh, 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 das war's. Oh. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Das war's für heute. Wer, 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 wer? Habe ich es abbekommen? Nee, Luigi. Äh, hat er das gerade gegen sich selbst verwendet? Ist der Bescheuer dem Kopf? WTF? Ich brauche eine Münze mehr. Komm Mario, das wuppen wir jetzt. Da pronto. Jetzt gehen wir hin. Ach nicht, schon wieder die Barrierenbahn. Guck mal, wir haben so viele Minispiele und da sind irgendwie nur sieben oder acht insgesamt dran gekommen, habe ich das Gefühl. Ich ehe ja gerade gegen alles. ... ... ... ... ... ... ... Sie Oh, ja, let's Na, wollen wir sehen, ob das zutrifft, Chef Guck mal hier, aber ich hole mir jetzt die Sterne Jetzt auf der Zielgeraden räume ich halt nochmal ab, ne Sonst hab ich die ganze Zeit immer Scheiße gebaut in diesem Let's Play Aber jetzt räume ich ab Seien wir mal ehrlich Ich hab mich da die ganze Zeit immer mit Mensch Lechtersrecht durchgeboxt Ich will so hardcore lachen Wenn die jetzt alle noch Wenn da einer noch auf dem Oh Oh, das war eigentlich strategisch gut Jetzt läuft er rückwärts Da war die Scheiße gemacht, dass die alle nur Münzen haben Also hier freue ich am Oh 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 äh, drücken loslassen okay, Baumklöpsel, das schaffe mir sie alle keine Münzen haben da unten und haben Sterne rumlaufen ich muss, der, der, der fängt, ja? Mario, du kannst mir ruhig die Kirchen geben Mario, bist du noch dabei? na, das läuft doch, wie er im Schnürchen hier ah, shit komm, Mario, eins haben wir noch nice nochmal nice nice, alles nice, ja, scheiß hope for guys ,